Es hätte so einfach sein können. Also ich werde nachsehen. Nur um sicher zu gehen. Das ist... ...nur scheiß Zeitung. Verdammt! Fuck! Was soll der Mist? Lauf, Jessie, lauf! Bundespolizei, Hände hoch, los! Mist! Gut so! Und jetzt weg mit den Waffen! Die Waffen runter, na los! Du hast vorhin fünf Minuten gesagt. Ja, ich hab gelogen. Siehst du? Du bist ein böser Onkel. Aber Typen wie ich sterben in der Zelle. Und Leute wie du... Dein Tod wird blutig. Du hast die Wahl. Ich... Ich geh wieder in den Bau. Ja, du gehst wieder in den Bau. Wer hat ihn erlaubt sich umzudrehen? Aber in einem Sarg. Aber in einem Sarg. Du hast die Wahl. Ja! Ja! Sehr gut! ... und die latest thing I've ever heard. Tank! Fuck! Schnell, ein Krankenwagen! Das war bescheuert. Das war bescheuert. Geflügel Sie nicht auf mein Murphy! Kommen Sie sofort raus! War er wirklich? Dein Vater? Wer fliegt die Maschine? Diese Blutenschweine. Sie haben keine Chance auf ihn! Haben Sie verstanden? Das ist der Rest, Kleiner. Du kriegst Feuerschutz.